Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends! Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Vayne als ADC. Supporten wird mich dabei die Penne. Ja und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und Poppy sieht ja hässlich aus. Äh ja. Wir haben aber ein sehr starkes Team. Mhm. Weiß nicht ob mir das gefällt. Ach unser Team ist aber auch nicht übel. Vor allem gefällt mir die Weihe im Jungle. Wenn die das kann dann sieht das schon ziemlich gut aus. Dann soll die uns richtig fett machen und dann geht das. Einzige was mir nicht so gefällt ist Mundo auf der Toplane. Da bin ich nicht so der Freund von. Ist auch noch AFK die Birne. Los Rübezai mach hinne. Ich hasse sowas am Ranked. Ich will noch eine Runde Pipi machen. Hauptsache er kommt wieder. Ja wenn nicht dann mach mal Remake. Okay die haben schon mal Ignite raus. Ja da bewegt er sich endlich. Ich weiß doch nicht warum die Orianda da war jetzt so weit vorne rumgeeiert ist. Ist egal. Ich weiß nicht. Warte mal. Kann man ja gucken. Wo ist er? Arthur Flash hat sie raus. Na gut dafür haben die Gegner mindestens Ignite raus. Schau mal. Ja mir brennt jetzt mein ganzer Mundraum. Das ist unglaublich. Tja. Ja. Ich hab das nur immer. Kennste saure Zungen? Diese Gummibärchen. Ja ja genau. Aber die richtig sauren. Oh die liebe ich. Danach brennt mir dann auch immer alles. Ja das ist schon ziemlich lecker. Sauern hab ich eigentlich auch ganz gern. Ja da kann ich auch nicht mit aufhören immer. Das ist dann wie so ne Sucht. Ähm. Gesundheit. Oh die war ja schon da. Das heißt gleich go machen. Oh nein. Ne die kommt nicht weg. Oh er hätte da ruhig mir lassen können. Aber ich hab die Bubble nicht getroffen. Ich hab gedacht die würde seitlich gehen. Ich hab extra jetzt als zweites DE geskillt. Ah sie entschuldigt sich auch. Naja besser. Ne assist wie nichts. Wo bleibt der Kniefall? Oh man. Das hab ich ja voll vergeigt. Ich darf zwischendurch nicht schreiben. Ne das war nicht gut. Wir hatten eben schon Karzix im Jungle. Das war nicht gut. Ne Karzix ist auch ziemlich stark. Ach komm. Ey mein Farm ist so schlecht. Was mach ich denn hier? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht kannst du uns die ja beantworten heran. Flame mich mal ein bisschen. Vielleicht klappt es dann. Ich kann das immer so schlecht. Zumindest jetzt nicht so auf Kommando. Das Feeling für haben. Okay. Warte mal ab bis ich das erste Mal bestorben bin. Dann sprudelt die Inspiration. Ach vor Ort du. Ich hab vorher meine Runde Ash gespielt. Da war das viel einfacher. Oh. Der kriegt Besuch. Nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Boah. Ah nee. Machen die Mann jetzt den Shake oder was? Da hätt's mal im Auge. Ja kann sein. Pinkster mal hin. Bitte. Bitte. Leider kein Wort mehr. Aber der ist krach. Oh ja. Sind doch wieder hier. Boah echt ja. Ich glaube aber echt nix. Ich auch nicht. Wie ist schon wieder da? Geht wieder. Hm. So besser. Kann ja eh nichts machen so. Wir müssen nur aufpassen wenn sie Level 6 sind gehen wir zu. sofort erstmal zurück. Oh Gott oh Gott. Das ist bestimmt weil ich so nervös bin weil ich mit einer Frau zusammenspiele. Daran wird's bestimmt liegen. Ist ja nicht grad das erste Mal oder? Doch doch das erste Mal. Oh ich hab grad entjungfelt. Oh dankeschön. Wurde ja auch mal Zeit mit 38 wa? Komm lass uns auch weggehen. Das denke ich auch ey. Mit 38 fängt das Leben jetzt an. Das wollen wir doch hoffen. Mal hoffen dass die Y bald nochmal vorbeikommt. Dann gehen wir da mit Level 6 all in. Oh ja. Ein Ulti, dein Ulti, ein Ulti und wir sind tot. Hehehe. Toll die N-Ess-Stufe 4. Das ist natürlich cool. Wurde. 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 Da. Hast du das gesehen? Hat mich scheiß Minion geblockt ey. Oh nein. Ein scheiß Minion hat mich geblockt. Ahhhh. Rechts, links, rechts, links. Wieso macht der da? Ey das gibt's doch nicht. Dammit. Ah ne. Das wollte ich pingen. Aber sowas hab ich auch noch nicht erlebt. So ein gemeiner Minion-Block ey. So wir gehen da gleich all in. Die kommen alle. Ich hab nur keinen Ulti. So. Ich hab nur keinen Ulti. Ich hab nur keinen Ulti. Ja das macht ihr schon noch. Komm mal. LoL. Oh sehr gut. Sehr gut. Da frage ich mich zwar, wo es Mite war, aber egal. Ja, wahrscheinlich nicht da. Wie wird die not available? Oh. Ja, geh nochmal ein bisschen zurück. Läuft irgendwie nur so semi-gut. Ja, aber besser semi-gut als schlecht, ne? Wohl warm. Kann sich alles noch wenden. Das denke ich doch mal. Ich habe mir ja nicht umsonst einen Hardcore Late Game Carry ausgesucht. Jetzt habe ich auch mal mein Ulti. Sehr schön. Wo gehen die hin? Was? Zum Jungle? Das ist der N hier am Blue. Aber der ist weg. Ich will nicht hingehen. Lass sie da ruhig machen. Zum Wort hier für den Busch. Oh. Geh mal mit zur Mitte bitte. Oh. Geh mal mit zur Mitte bitte. Ich bringe dich schnell hin. Ich bringe dich schnell hin. Jetzt gehe ich aber lieber mal schnell weg hier. Den großen habe ich mir noch geholt. Ah, da ist der Gin schon. Und die Annie. Wo ist ich's doch? Geh mal mein Ward Item kaufen. Ich glaube das beats sich an. Der Kha'Zix war bei euch da rechts im Jungle. Oh nein. In der Dunkelheit. Alles offenbar. Ah, krieg sie denn? Boah, easy, wa? Kommt Leute, holt euch den. Oh, ey. Hallo, Morden. Mhm. Was ist denn los, mein Schatz? Was ist denn los? Du ausgeschlafen. Kitty Cat. Ich hab ja nur noch einen Kitty Cat. Ich hab's anderes gestorben. Oh. Das tut mir leid. Ja, es war auch nicht so schön. Na ja, glaub ich. Jo, jo. Be cool, Digga. Die Dunkelheit. Oh, wir wollen auch mal ein bisschen Schaden am Tower machen. Hast du ein Ward da oben für den Busch? Wards sind alle oben. Okay. Da ist Kha'Zix. Einfach weg. Einfach laufen. Wir rotieren mal zur Mitte rüber. Oh, da ist auch der Kha'Zix. Oh, der Gin richtig fett. 5-0. Mit dem legen wir uns nicht an. Würden wir wahrscheinlich schlecht abschneiden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Achtung, du kriegst Besuch von der Seite. Boah. Blauuu. Easy. Hab zwar alles gebraucht, aber... Hey, hey, hey. Ja, besser Kha'Zix. Oh, ja. Zu in Sicht im Mund. Ich hab' genug. Loll. Der kriegt den Kha'Zix. Ich schmeiß' mich weg, ey. Loll. Gut für uns? Sehr gut für uns. Haha. Wie heißt der denn? Gin? Hm. Oh, der kommt zu dir. Okay. Ist er auch nett. Ich geh' mal zur Mitte. Oh, genau. Maul hoch. Ist Poppy beim Red Buff? Grund hat das nicht zu so auflegen. Ich bin zu und zu. Du, du musst uns zu tief nehmen. Was? Ist das nicht zu tief? Nein, was denn? Du musst dich nicht so auflegen. Das ist kein Weg. Schau' einig. Ich bin zu tief. Ich bin zu tief. Die schau' einig. Ich bin zu tief. Ich kriege schwarze Magie. 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 Alfred. Ich weiß nicht warum. Ich sage immer Alfred. Alfred. Okay. Wie heißt er denn? Glenn. Wie war Brotage denn? Ach so. Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich. Ich hätte niemals gedacht. Das Glenn mit einer der ersten von denen sein wird. Der geht. Ja. Oh, da geht's scharf. Ja, genau. 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 Ja. Ich erlöse sie von ihrem Leben. Passt mal da unten auf. Tower ist gleich da. Ey Tower. Drake ist gleich da. Toll. Ja sie hat mich gerettet. Hoppy dich weggeschmissen oder was? Ja. Hat mir das Leben gerettet. Ich hab mir schon gedacht, ey, warum bist du jetzt nicht tot? Ja. Das ist gerade gar nicht jetzt hier so geschnallt. Ah, Poppy voll lieb zu mir. Find ich voll in Ordnung. Ich glaub nicht, dass er das so gewollt hat. Nein. Aber war geil. Ich krieg den letzten Hit noch auf Jitten und sie rettet mir den Arsch. Schon zwei tolle Szenen in dem Spiel. Einmal der gemeine Minion-Block. Ja, der war schon sehr, sehr dominant. Ja, also das war doch eindeutig hier programmiert von dem Jit. Ja. Wir sollten schnell runter zum Drake. Okay. Oh ja, die kommen auch. Oh, Weiher. Aber die Weiher haben bekommen. Nein! 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 Verdammte Kasi. Äh, Karsix. Kasi. Kasi. Auch netter Name, oder? Jo, Kasi ist auch süß. Könner Stips-Name eigentlich. Jo. Kasi ist Kasi mir die Go-of-Legends-Welt. Genau. Immer schön worden. Ja. 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 Du kommst zurecht? Alles wunderbar. Ich farm hier unten wie ein großer. Nein, ich hab mein Ulti rausgehauen. Wie aus Versehen, oder was? Jaaaa. Okay. Oh nein. Ey, ohne Scheiß. Ich hab mir eine ganz andere Rüstung. Ja, natürlich. Bei mir ist Poppy. Ich geh gegen die noch eine Chance für St. 255. Ah, viel Rüstung. Nein, die beiden, die sind auch lustig. Mundo und Wei. Haha. Hoppo ne Arsch. Mhm. Ich glaub ich geh gleich sparten. War ich gestern? Ich glaub ich für die angespannten Muskulatur eingeklemmten Sehnen vielleicht. Haha. Ja, ist ne feine Sache. Oh oh. War ein böser Gegner. Ah, der ist immer noch hinter mir. Ja. Komm mal. Hat er sich aber zu viel vorgenommen. Gegen eine Wayne. Vor allem ist die Wayne mittlerweile ganz schön dick. Hat sie ein Bäuchlein bekommen? Ja. Hab ich dick gemacht. Könnte man auch anders verstehen aber. Ich höre die unschuldige Augen schreien. Ui. Oh komm. Xeratult. Hilfe. Hilfe. Ich komm eh auch. Hilfe. Hilfe. Irgendwie. Komm schneller. Komm schneller. Ich bin schon da. Komm noch schneller. Komm noch schneller. Noch schneller geht nicht. Oh oh. Da holen wir mal lieber ab. Da war jetzt aber so knapp, dass ich da weggekommen bin. Da war jetzt aber so knapp, dass ich da weggekommen bin. Ich bin ne Unikat, das weißt du. Jo. Ha. K6 voll erwischt. Mein Freund weiß das leider nicht zu schätzen. Das ist aber nicht schön. Aber der hat mir wie ich krank war, hat der meine Wärmflasche gemacht. Für mich gekocht. Für mich einkauft. Nee Schatz, ich muss sterben. Glaub ich. Jetzt hat der nein, so schnell stirbt man. Also doch, ich glaub schon. Was beschwerst du dich dann? Scheint doch ein ganz lieber zu sein. Willig ist das der reizte Gold, Schatz, ist er. Oh 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 oh. Hoffentlich hat er das jetzt nicht gehört. Das ist gar kein Falle, das ist für Arbeit. Bildet der sich noch was ein? Ja, das mein ich. Da muss man aufpassen. Die kriegen ruckzucken Höhenflug. Oh yeah. Ich glaub, wir könnten die Hilfe brauchen. Ich bin unterwegs, bin aber noch weit. Die sterben jetzt mal wieder, ne? Nein, die sterben. Die sterben jetzt nicht früh. Ich werde den Drake verloren. Boah. Was ist denn das hier für'n Gefisste? Ja, ich kam leider ein bisschen spät rein und hatte keine OIL. Oh. Egal, jetzt wird die Botline gepusht hier mit Baron. Schlecht Versuch? Macht nichts, unser Leerkopf. Also mittlerweile bin ich richtig fett. War schade, dass ich nicht da war. Also nicht rechtzeitig. Ja, du musst schneller werden. Ja, ja. Ob du es nicht hören willst. Ich werde es mir merken. Will ihn, Digga? Ja. Hehehe. Was hat die denn? Das andere ist gestorben. Naja, das ist ja ihr Problem. Dann hat sie was falsch gemacht und nicht wir. So, schauen wir mal, was wir hier noch ausrichten können, oder? Ausrichten oder anrichten? Äh, 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 äh. Keine Ahnung. Bin überfordert. Hehehe. Ein Masterabschluss, oder was? Nein. Master of Disaster. Bin ich zu doof für? Oh. Hehehe. Ach doch, Master of Disaster habe ich letztens gesehen. Das ist einer, wenn, wenn, wenn es irgendwo Katastrophen gibt. Der dann sagt, was gemacht werden soll, richtig? Keine Ahnung. Doch, doch. Habe ich letztens gesehen. Wer lässt sich denn jetzt terminieren? Terminated. Wir sollten mal ein bisschen groupen vielleicht. Ja, eine hervorragende Idee. Ne? Ich habe nur hervorragende Idee. Ja, das glaube ich nicht. Hm. Wir haben doch öfter mal Bullshit dabei. Boah. So, kommt Leute. Legt euch mit ner gefilierten Wayne an. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all. Meinst du, sind alles Kinder? E-Wayne wird euch töten in einem großen Schwall. Okay. Alles hat sich gereimt. Ja, war super toll. Kann man nichts sagen. Lauf, Rihanna. Genau. Wie ist das? Oh, wie ist das? Okay. Nicht sehr gut. Okay. Mist. Mist. Das war Mist. Richtig Mist-die-Kacki war das. Jetzt... Liegen der. Ich komme, Mundo. Oh oh. Und ich gehe wieder. Come on, come on, come on. So. Das ist ja doch nicht, warum die Oriana da einmal vorne rief. So, so, so. Äh, warum sieht meine Maus jetzt so komisch aus hier? Das ist was. Das ist mein Scheiß. Ja, meine Maus sieht mit der Arm mal so komisch aus. Äh, was ist das? Ah, jetzt ist er wieder richtig. Gott sei Dank. War ja sehr verrückt. So. Gleich zum Drake weiter dann. Genau. Ich gehe nochmal beim Red vorbei. Das sieht doch schon sehr nach einem Erfolg aus, was wir hier treiben, wa? Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich gehe die Toppy Lane pushen. Ich höre die Unschuldigen aufschreien. Der Team hat einen Turm zerstört. Ich habe keine Mahne mehr. Ich habe keine Mahne mehr. Ich habe keine Mahne mehr. Oh, das sieht ja alles sehr, sehr gut aus. Wartet auf mich. Ich will mitspielen. Niemals. Wenn ich wieder komme, sind alle tot. Ich glaube nicht, dass wir nochmal sterben. Das wird jetzt beendet. Alter, ich habe die noch geheilt. Joa, ne? Geht doch. Haben wir doch noch schön rum, ihr Bogen. Ja, ich hoffe, außer dem schwachen Early hat euch das Game gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.